Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich bin der Remo. Ja, Abos, Leute, Viewer, das ist mit YouTube gar nicht alles so einfach. Das war früher alles viel, viel besser. Deswegen, was ich eigentlich nie machen wollte, jetzt aber die total reißerische Ankündigung des Inhalts dieses Videos. Ich werde euch zeigen, wie man seinen Stromverbrauch im Auto bzw. den CO2-Abdruck als Alleinfahrer um dreiviertel senken kann und wie ihr es schafft, knapp die Hälfte bei dem Strompreis an der Ladesäule zu reduzieren. Viel Spaß dabei! So, wir sind auf dem Weg nach Dresden, nach Kosterweg, um ganz genau zu sein. Und ich wollte die beiden Themen jetzt einfach mal mit ins Video bringen. Wir sind jetzt hier gerade beim Zwischenladen am Lausitzring, bei der DEKRA direkt davor. Ich musste uns natürlich so ein bisschen schmunzeln, da stand Lausitzer Landrücken. Ja, da musste ich sehr lachen. Verstehst du? Lausitz, Tagebauregion, Landrücken. Ja, fand ich ziemlich lustig. Ja, ganz so lustig, dass das, was ich uns eigentlich erzählen wollte und zeigen wollte, nicht funktioniert, finde ich nicht so wichtig. Ich wollte euch nämlich mal die App vorstellen, die sich 1E-Mobil nennt. Das ist eine App, die sieht im Grunde genauso aus wie die Maingau-App, lustigerweise. Und das ist ein Anbieter, der sich gedacht hat, Mensch, der Olle Witz, mir ist der Preis egal, ich tanke immer für 10 Euro. Irgendwie als Anhaltspunkt genommen haben. Die haben nämlich gesagt, wir nehmen pro Ladevorgang 5 Euro. Ich habe geschaut, diese Säule bin ich jetzt extra angefahren, weil die bei denen auf der App angezeigt wurde. Kurz, 20 Kilometer vor der Säule stand jetzt, dass die fehlerhaft ist. Da habe ich schon Schreck bekommen. Als wir dann tatsächlich angekommen sind, hat die Säule dann aber grün geleuchtet. Das heißt, wir können da wunderbar aufladen. Ich habe jetzt wieder die Maingau-Karte genommen. Der allgemeine E-Mobilist ist eigentlich relativ treu, was seine Stromanbieterkarten angeht. Allerdings schaut man natürlich trotzdem nochmal nach links oder rechts, ob es da nicht was Besseres gibt. Wenn man jetzt einfach mal runterrechnet, nehmen wir mal die 35 Cent von Maingau und die 5 Euro von 1 E-Mobil, dann wird man schnell feststellen, dass sozusagen ab 14,2, das habe ich gerade mal schnell im Kopf ausgerechnet, ab 14,2 Kilowattstunden es günstiger wäre, diese 5 Euro Kompletttarif zu wählen. Ich bin jetzt relativ weit runtergefahren. Ich vermute mal, dass wir um die 20 Kilowattstunden jetzt laden werden. Ich habe das mal durchgerechnet. Wenn wir mit knapp 27, 28 Kilowattstunden leer ankommen würden, wären das knapp 10 Euro, also 9 Euro und eine 70er irgendwie sowas. Und wenn wir jetzt dann 1 E-Mobil die App nutzen können, könnten, hätten, könnten, wäre, wette, hätte, wäre, Fahrradkette, dann hätten wir nur 5 Euro bezahlt. Das heißt, wir hätten also den Strompreis tatsächlich fast halbiert. Theorie und Praxis sind immer so ein bisschen unterschiedlich. Das zeigt auch dann wieder dieser Feldversuch hier. Ich habe mir auch so einen Plug bestellt, also sprich so einen Schlüsselanhänger von 1 E-Mobil. Allerdings vermute ich mal, dass sämtliche, ja, Maingau-Kunden nach der letzten Preisanpassung, die bereits die zweite dieses Jahr war, gesagt haben, okay, schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. Also die haben gerade relativ viel zu tun und dementsprechend konnten die das nicht mehr so zeitnah rausschicken. Kurz zur Erklärung, das ist jetzt keine Werbung. Also es ist schon Werbung, aber unbezahlte Werbung. Uns geht es ja darum, von der Interessengemeinschaft euch zu zeigen, was es so gibt. Und ja, wenn es da Anbieter gibt, die günstiger sind und den gleichen Strom anbieten, dann möchten wir euch das natürlich wissen lassen. Und dementsprechend machen wir da Werbung, für die wir nichts bekommen. Und das ist auch gut so. Ihr seid informiert und wir sind glücklich, wenn wir mal was zeigen können. Damit haben wir schon mal das erste Thema abgegessen. Das geht hier ratzfatz, Schlag auf Schlag bei uns. Das zweite Thema sprach ja an, dass ihr euren CO2-Abdruck oder euren Stromverbrauch, den persönlichen, um knapp drei Viertel senken könnt. Das funktioniert denkbar einfach. Und zwar mit einer Mitfahrzentrale oder mit einer Mitfahrgelegenheit. Das heißt, wir sind jetzt zu zweit unterwegs, das Karolinchen und ich, und wir haben uns gedacht, was wir auch schon vorher mal gedacht haben, wir melden uns mal bei einer Mitfahrzentrale an, in dem Fall bei Blablacar, weil wir da sehr gute Erfahrungen schon sammeln haben können. Auch das ist jetzt eine Werbung, die unbezahlt ist. Ja, ich habe auch mal mit Blablacar kurz Kontakt genommen, weil es dort zwei, drei Sachen gab, die für E-Mobilisten nicht so schön sind. Auf der einen Seite ist es echt extrem super. Wir können uns jetzt hier mit zwei Leuten zum Beispiel verabreden. Wir sind jetzt bis hier mit zu viert gefahren. Das heißt, wenn ich jetzt alleine fahre, habe ich dementsprechend natürlich einen höheren Mehrverbrauch, als wenn ich das auf vier Leute runterbreche. Das kurz zur Aktivierung. Mir macht das sehr viel Spaß. Wir haben positiv nette Leute kennengelernt. Das ist unterhaltsam. Die Zeit war geht schneller. Man schläft nicht so schnell ein. Das einzige auf der anderen Seite Problem, dass diese Elektromobilität halt eben noch nicht so richtig in diesen Programmen angekommen ist. Beispielsweise ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel, das werde ich vielleicht auch mal mit einblenden, dann eine Strecke online stelle, die ich fahre, dann rechnet der Rechner dementsprechend die Fahrzeit aus. Ich habe zwar die Möglichkeit, dann noch Zwischenstops mit einzufügen, mit namentlichen genannten Orten, dass die Leute dann nochmal einschätzen können, kann ich da zusteigen, das ist weit weg von mir oder so was. Das funktioniert ziemlich gut. Allerdings ist die Fahrzeit vorgegeben. Man hat dann auch nochmal die Möglichkeit, einen kleinen Text zu schreiben. Also, hallo, ich bin der und der, ich fahre von da nach da, weil ich das gerne mache. Da habe ich jetzt wirklich dick und auch wirklich mehrmals reingeschrieben, dass ich ein Elektroauto habe und wir zwischendurch aufladen müssen. Mittlerweile habe ich den Button abgestellt, wo dran steht, dass man direkt buchen kann. Das Problem war, die Leute haben gesagt, oh ja, cool, Berlin, Dresden, buche ich mal gleich. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, die Zeit, die da drin steht, die stimmt nicht. Wir brauchen halt, weiß ich nicht, eine halbe bis eine Stunde länger. Dann habe ich gesagt, was, wenn ich da mit jemand anders fahre, der da ordentlich durchprescht mit 170, dann bin ich da viel, viel schneller da. Das finde ich ist ein Problem. Allerdings finde ich, das ist auch eine gute Chance, das umzukehren. Das heißt also, wenn zum Beispiel ich die Möglichkeit hätte, dort diese Pausenzeiten einzugeben, dann wüsste jeder, okay, er braucht vielleicht ein bisschen länger. Wenn ich jetzt noch eingehen könnte, was also nur bedingt geht, also ich kann halt das Auto, den Typ eingeben. Allerdings ist es bei unserem Auto jetzt zum Beispiel so, dass beim Hyundai nicht der Hyundai Ioniq Electric aufgeführt ist. Es soll jetzt auch keine Werbung sein, also es soll doch schon Werbung sein, aber auch unbezahlt. Ich sollte mehr bezahlte Werbung annehmen. Den kann ich nicht anklicken. Das heißt, ich kann halt da irgendwie nur ein Hybrid anklicken und da sind es dann angezeigt, das zeigt auch an, das ist auch sehr spaßig, irgendwas über 100 Gramm CO2 pro 100 Kilometer. Also da fehlen zum Beispiel dann jetzt sämtliche Elektroautos. Wenn man das jetzt zum Beispiel als BlaBlaCar aufnehmen würde, was ich sehr begrüßen würde, deswegen mache ich unter anderem auch dieses Video, zu sagen, okay, wir machen da ein Button Elektroauto mit rein, dass die Pausenzeiten angegeben werden können. Ich weiß ja vorher schon relativ genau, wo ich dann aufladen werde. Wenn dann vielleicht sogar noch, weiß ich nicht, ein kleines Öko-Emblem oder ein grünes Herz oder was weiß ich, irgendwie noch neben der Anzeige auftaucht. Wir haben ja als Mitfahrer die Möglichkeit, die Strecke einzugeben und dann kommen im Grunde untereinander alle genannt, die dort langfahren oder die in der Nähe langfahren. Wenn das dann noch markiert werden würde, weiß ich nicht, mit Fahr-CO2-neutral oder irgendwie sowas, mit einer grünen Hintergrundbelegung oder meinetwegen auch blau, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, glaube ich, dass vielen das schon zum einen erstmal in den Blick kommt, die sagen, okay, da ist irgendwas anders. Das Bewusstsein wird immer größer. Die Leute sagen dann, ja, kann ich mir vorstellen und ich nehme dann halt auch eben diese halbe Stunde Ladepause mehr mit in Kauf. Das Problem, was ich leider vorher hatte, war, die Leute klicken halt eben, ich komme mit. Und dann war es zum Beispiel bei einer Strecke von Berlin nach Köln, da erinnere ich mich noch, da waren es dann vier Ladepunkte, jeweils eine halbe Stunde. Das heißt, wir waren also knapp zwei Stunden, vielleicht absichtlich der Pause, die man auch mit einem Verbrenner gemacht hätte, anderthalb Stunden mehr unterwegs. Und ein bisschen Stau dazu, das war dann nachher echt, wo ich dachte, die Dame geht mir jetzt an den Hals, aber sie wollte ja auch ankommen, insofern ging das dann auch. Das heißt also, jede neue Geschichte braucht natürlich auch erstmal irgendwie Ideen, um das anzufassen. Aber ich glaube, dass man, egal ob jetzt bei Blablakar oder bei den anderen Anbietern, das auch nutzen kann als Chance. Da bin ich relativ stark von überzeugt. Ja, ansonsten, was sehr gut ist, dass sie nochmal so eine Art Chat-Funktion haben. Das heißt also, ich habe dann den Leuten, die mich da angeschrieben haben, gesagt haben, ja, ich möchte gerne mitkommen, wo kannst du mich abholen? Und gesagt, pass auf, ich habe ein E-Auto, ich brauche eine halbe Stunde Ladepause. Kann jeder selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, dass die Leute dann tatsächlich wirklich sehr offen dem gegenüber sind und tatsächlich auch das mal probieren wollen und sehen wollen und auch im Nachgang dann, ja, mehr positives Feedback als irgendwelche Bedenken dann rauskommen. Ich werde mal sehen, meine Mitfahrer auf dem Hinweg konnten jetzt nicht ganz so gut Deutsch. Eigentlich wollte ich hier noch die Menschen interviewen. Mal sehen, vielleicht habe ich dazu auf dem Rückweg noch Zeit. und auch die Möglichkeit überhaupt mit dem Verständigen. Das ist ja immer so eine Sache. Ja, wir werden jetzt weiterfahren nach Coswig und dann dort ein bisschen Geburtstag meiner Schwester feiern. Geht euch eigentlich auch gar nicht so richtig an. Ich kriege auch kein Geld dafür, ist auch keine Werbung und auf dem Rückweg nehmen wir euch natürlich wieder mit. Ich werde genau die Säule nochmal anfahren dann und dann dem 1E-Mobil, der App, einfach nochmal eine Chance geben und hoffen, dass ich dann für 5 Euro laden kann. Wir haben zwei Nächte im Zelt überstanden. Die eine Nacht hat es geschüttet wie aus Eimern. Unglaublich. Habe ich mich in meine Kindheit versetzt gefühlt, wo es im Zelt reingeregnet hat. Ich konnte nicht pennen, weil ich Angst hatte, dass es reinregnet. Es ist nichts passiert. Zweite Nacht war wunderbar. Und ja, jetzt fahren wir gerade nach Dresden rein, um dort noch zwei Leute einzusammeln, mit denen wir dann nach Hause fahren. Auch hier wieder nutzen wir das Auto nicht alleine, sondern mit mehreren Personen. Und dann geht es wieder zurück nach Schipkau, Dekra, Lausitzring, um dort dann hoffentlich mit der 1E-Mobil App zu laden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 1E-Mobil. Also in diesem Video kann ich es leider nicht anders sagen, ein Reinfall. Die ganze Zeit war die Säule grün. Ich hätte hier herfahren können. Wir sind jetzt wieder in Schipkau gelandet. Alles gut. Kurz vorher gucke ich rauf, dass er nicht funktioniert, sondern dass sie belegt ist. Der, der vorher dran war im BMW i3, Ioniq ist vorhin ja auch kurz abgedreht. Jetzt ist gerade noch jemand aus Norwegen mit einem Golf angekommen. Stand drauf, belegt, ich könnte Typ 2 nehmen. Jetzt habe ich zehn Minuten gewartet, weil ich dachte, okay, er muss ja irgendwie mal hin und her funken und das vielleicht mal irgendwie darstellen. Vielleicht dauert es ja fünf, sechs Minuten. Allerdings hatte ich jetzt die Schnauze voll, weil es immer noch als belegbar an der App. Ich bin jetzt wieder mit Maingau ran. Und insofern ist das Video über A1 E-Mobil vielleicht ganz interessant, was so die Theorie angeht. In der Praxis hat es sich jetzt irgendwie ziemlich, jetzt hat er seinen Ladeport noch auf einer Mann, oh Mann, die jungen Leute von heute. Insofern hat es sich jetzt aber, glaube ich, nicht so richtig ergeben, das mal zu nutzen. Vielleicht beim nächsten Mal, mal sehen, dann fange ich einfach noch mal ein Video an. Ansonsten, A1 E-Mobil hat sich jetzt erst mal für mich erledigt. Wir laden jetzt mit Maingau mal fix, weiß nicht, zehn, zwölf Kilowattstunden. Das ist jetzt bloß noch knapp 140 Kilometer bis nach Hause. Und ja, dann stellen wir uns über Nacht eine Battenfalldose. Ich bin jetzt ein bisschen genervt. Ja, also die Idee ist nicht schlecht. An der Umsetzung muss es noch gearbeitet werden. Was dahingehend aber sehr gut funktioniert hat, war die BlaBlaCar auf der Rückstrecke jetzt. Wir haben jetzt auch ein kleines Pärchen mitgenommen, mit einem Hund. Und ja, wie verabredet, fünf Minuten standen sie schon vorher da, bevor wir uns eigentlich verabredet hatten. Eingestiegen, losgefahren, alles gut. Und ja, ich glaube, ich schließe das jetzt ganz erfolgreich war es nicht. Tut mir leid. Ich nehme euch aber beim nächsten Mal wieder mit, wenn ich eine Idee habe, was ich so ausprobieren kann. Oder ansonsten habt ihr ja die Möglichkeit, auch das mal auszuprobieren. Ladet euch mal die App runter. Also beide. Da gibt es von BlaBlaCar und von 1 E-Mobil und probiert es einfach mal aus. Ersteres ist wunderbar, weil ihr dementsprechend weniger verbraucht an sich pro Person im Fahrzeug. Und das ist eine tolle Erfahrung, nicht alleine unterwegs zu sein, Leute mal kennenzulernen, die man so vielleicht nie gesehen hätte. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag und ganz sicherlich bis bald. Bis dahin. Ciao, ciao.